So, dann los geht's mit dem ersten Lernvideo vom Tiroler Holzhockermarsch. Wir beginnen zweite Reihe in der Grundstellung, sprich S-Dur. Einzelne Töne sind wir da. Weiter rutschen. Jetzt sind wir auf Zug. Das ist ein ganz wichtiger, weil den brauchen wir hierzu. Da tun wir hierzu den dritten Finger hin und ihn drücken. Zerlegen. Genau, und dann gehen wir in die hohe Lage. So, dann dreistimmig drücken. Wieder der Ausgangston. Genial, das ist der, der dreistimmige mit Gabelgriff. Hohe Lage. Und verkehrt. In der Mittellage hören wir auf. Genau, und dann. Willage. 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 Teen. Und in der Mittellage brauchen wir ja keinen Gabelgriff machen, können wir gleich liegen bleiben. Ziehen. Ja genau, das war es schon. Einleitung, erster Teil, Tiroler Holzsucker.